Karl V. 1500 bis 1558 Er war einer der größten Kaiser des Heiligen Römischen Reiches. Ein Reich, in dem die Sonne nie unterging. Es umfasste Burgund, die Niederlande, Österreich, Kastilien mit den dazugehörigen amerikanischen Besitzungen, Aragon mit Neapel und Sizilien, Sardinien sowie die Königreiche Navarra und Granada. Doch trotz dieser ungeheuren Macht resignierte Kaiser Karl V. am Ende seines Lebens und räumte freiwillig den Kaisertron. Ein kranker und enttäuschter Mann. Karl V. wird als ältester Sohn von Philipp I. auch der Schöne genannt und Johanna der Wahnsinnigen von Kastilien am 24. Februar 1500 in Gent geboren. Seine Großeltern tragen ebenfalls klangvolle Namen. Ferdinand II. von Aragon, Isabella I. von Kastilien und Maximilian I., Kaiser des Heiligen Römischen Reiches. Karl ist sechs Jahre alt, als sein Vater stirbt. Von da an wächst Karl mit seinen beiden Schwestern am Hof seiner Tante Margarete in den Niederlanden auf. Den größten Einfluß auf den jungen Karl übt sein Lehrer Adrian von Utrecht aus. Der fühlt sich dem Frömmigkeitsideal der Brüder vom gemeinsamen Leben verpflichtet und verabscheut jeglichen sturen religiösen Dogmatismus. Eine Haltung, die sich auch bei Karl in seinen späteren Auseinandersetzungen mit den Protestanten zeigen wird. Nach dem Tod seines Großvaters Ferdinand, 1516, wird Karl König von Kastilien, das er mit seiner geisteskranken Mutter regiert, und zudem König von Aragon, Navarra, Granada, Neapel, Sizilien, Sardinien und den spanischen Ländereien in Amerika. Außerdem ist er bereits seit dem Tod seines Vaters Herrscher über Burgund und die Niederlande. Als 1519 dann sein Großvater Maximilian das Zeitliche segnet, erbt Karl zudem die Ländereien der Habsburger in Österreich. Um Maximilians Nachfolge als deutscher Kaiser und König bewerben sich neben Karl auch Franz I. von Frankreich sowie Heinrich VIII. von England. Am 28. Juni 1519 findet die Kaiserwahl statt. Aus der Karl durch die finanzielle Unterstützung der Fuggerschen Großbank als Sieger hervorgeht. Zum Dank für die gut 540.000 Gulden erhalten die Fugger, das mächtige Augsburger Handelsgeschlecht, weitreichende Privilegien im Reich. Die Krönung erfolgt am 23. Oktober 1520 in Aachen durch den Kölner Erzbischof und wird später vom Papst bestätigt. Zunächst versucht Karl sein Reich durch eine ausgeklügelte Familien- und Heiratspolitik zu sichern und zu vergrößern. So heiratet seine Tante Katharina Heinrich VIII. von England. Sein Bruder Ferdinand Anna, die Tochter von Ladislaus von Ungarn und Böhmen. Seine Schwester Katharina wird dem Neffen Friedrichs des Weisen, Kurprinz von Sachsen, versprochen. Doch den Vorstellungen des Kaisers von einer christlich-europäischen Universalmonarchie nach mittelalterlichem Vorbild stehen die Forderungen der Reichsfürsten nach mehr Autonomie, die sich anbahnende Spaltung der Kirche sowie die Aggressionen Frankreichs und der Türken diametral entgegen. Die Ideen des Kaisers sind nicht mehr zeitgemäß. 1521 gelingt es Karl, Aufstände in Spanien niederzuschlagen. Mehrere Kriege führt Karl V. mit Frankreich. Zuerst bekämpft er die Franzosen 1521 in Norditalien. Später, 1527, plündern seine Truppen beim sogenannten Sacco di Roma die Stadt Rom. Dabei wird Papst Clemens VII. in der Engelsburg festgesetzt. Was Karl zwar in Verlegenheit bringt, ihm aber ermöglicht, die Annullierung der Ehe Heinrichs VIII. von England mit seiner Tante Katharina durch den Papst zu verhindern. 1525 nimmt Karl Franz I. von Frankreich in der Schlacht bei Pavia gefangen und bringt ihn 1526 zur Unterzeichnung des Vertrags von Madrid, in dem Frankreich auf seine Besitzansprüche in Norditalien verzichtet. Nachdem Franz wieder frei ist, bricht er jedoch den Vertrag. Im März desselben Jahres heiratet Karl V. Isabella, die Schwester von Johann III. von Portugal. Ein doppeltes, dynastisches Bündnis, denn Johann hatte kurz vorher erst Karls Schwester Eleonore geheiratet. Mit Isabella hat Kaiser Karl sechs Kinder. Außerdem wird er auch Vater zweier unehelicher Kinder, einer Tochter namens Margarete von Parma und eines Sohnes mit dem klangvollen Namen Don Juan de Austria. 1529 kommt es zu einem Friedensschluß mit Frankreich und dem Papst, der Karl als Kaiser des Heiligen Römischen Reiches bestätigt und es ihm erlaubt, seine Gebiete in Italien zu behalten. Nun konzentriert Karl seine Kräfte auf die Beseitigung der inneren und äußeren Feinde der abendländischen Christenheit, Protestanten und Türken. Er hofft auf dem Reichstag in Augsburg im Juni 1530, mit den Protestanten einen Ausgleich zu finden. Der Versuch scheitert. Militärisch kann Karl aber nicht gegen die Protestanten vorgehen, da er sein Reich zur gleichen Zeit gegen die Türken verteidigen muss. Eine Phase, die die protestantischen Reichsfürsten nutzen, um sich zum schmalkaldischen Bund zusammenzuschließen. Ziel dieses Bündnisses ist es, die lutherische Kirchenlehre zu stärken und gegen den katholischen Kaiser zu verteidigen. Es droht die Spaltung Deutschlands in zwei Lager, die Katholiken und die Protestanten. Doch anstatt selbst zu reagieren, überträgt Karl immer mehr Verantwortung über Deutschland auf seinen Bruder Ferdinand. Er selbst konzentriert sich auf die außenpolitischen Probleme. Die Expeditionen der osmanischen Streitkräfte entlang der Mittelmeerküste bedrohen zunehmend die Habsburger Ländereien und damit den Frieden in Westeuropa. Um seine ganze Kraft auf die Abwendung der Türken Gefahr konzentrieren zu können, schließt er 1532 sogar den sogenannten Nürnberger Religionsfrieden mit den Anhängern des schmalkaldischen Bundes. Dieser Friedensschluss ist eine vorübergehende gegenseitige Rechts- und Friedensgarantie, die konfessionelle Aufstände innerhalb Deutschlands verhindern soll. Mit einem ausgefeilten Plan gelingt dem Kaiser im Juli 1535 die militärische Rückeroberung des Flottenstützpunktes La Goleta sowie die Befreiung von Tunis, was ihm auf dem Kontinent große Ehren als Türkensieger einbringt. Doch die Kämpfe gegen das Osmanische Reich und Sultan Süleyman, den Prächtigen, dauern noch mehrere Jahre an. Franz I. von Frankreich nimmt im April 1536 Piemont ein und schließt ein Bündnis mit den Türken. Dies veranlasst Papst Paul III., Kaiser Karl, dessen Bruder Ferdinand und den Regenten von Venedig, ein Bündnis gegen die Türken zu gründen. Unter diesem Druck erklärt sich der eher labile Franz I. dazu bereit, einen zehnjährigen Waffenstillstand zu unterzeichnen, der den Status quo in Italien anerkennt. Nun hofft Karl, den Papst von seiner Konzilspolitik überzeugen zu können. Doch die konfessionellen Fronten verhärten sich immer mehr. Weder bei den Religionsgesprächen in Hagenau und Worms noch auf dem Regensburger Reichstag 1541 gelingt eine Annäherung zwischen Katholiken und Protestanten. Nach einem Bündnis mit England gegen die wachsende französisch-türkische Bedrohung stößt der deutsche Kaiser von Osten her entlang der Marne gegen Franz I. vor, während Heinrich VIII. von Norden her Boulogne belagert. Bereits am 20. September 1544 erklärt sich Franz I. zum Frieden von Crepie bereit. 1545 beginnt das Konzil von Trient. Karl gewinnt einige der Fürsten des Heiligen Römischen Reiches für die katholische Seite. Damit setzt die Gegenreformation ein. Nach neunmonatigen Kämpfen erringt Karl den endgültigen Sieg über den Schmalkaldischen Bund bei Mühlberg an der Elbe. Nach dieser Niederlage der Protestanten reitet Karl am 23. Mai 1547 in die Stadt des Reformators und weilt dort auch in der Wittenberger Schlosskirche am Grabe seines großen Widersachers Luther. Einer Legende nach wird Kaiser Karl am geöffneten Grab dazu aufgefordert, die Überreste dieses Ketzers noch nachträglich dem Scheiterhaufen zu übergeben. Doch der Kaiser antwortet darauf, er hat seinen Richter gefunden. Ich führe Krieg mit den Lebenden und nicht mit den Toten. Mit dem Sieg über die Schmalkaldener und dem ebenfalls 1547 zustande gekommenen Friedensabkommen mit den Türken ist Kaiser Karl V. auf dem Höhepunkt seiner Macht, im Reich und in Europa. Doch bereits der folgende Reichstag in Augsburg 1547-48 ist für Karl wieder ein Rückschlag. Er versucht nämlich, das Reichsregiment durch einen von ihm geleiteten Reichsbund abzulösen und die Entwicklung des Reiches auf eine absolutistische Monarchie hinzulenken. Die Reichsfürsten protestieren heftig. Auch hinsichtlich der immer noch offenen Religionsfrage verfehlt der Kaiser sein Ziel. Wieder einmal kommt es nur zu einer Interimslösung. Die Jahre 1548 bis 1556 sind von einem wachsenden Widerstand gegen den Kaiser im Reich und in Europa geprägt und leiten den Niedergang seiner Herrschaft ein. So übernimmt sein ehemaliger Verbündeter Kurfürst Moritz von Sachsen die Leitung der protestantischen Fürstenopposition und schließt im Vertrag von Chambord ein Bündnis mit Frankreich. Der französische König Heinrich II. verspricht militärische Hilfe gegen Karl. Bei Innsbruck muss der Kaiser eine entscheidende Niederlage einstecken und zieht sich nach erfolglosen Rückeroberungsversuchen nach Brüssel zurück. Karls militärische Macht ist gebrochen. Er sieht sich außerstande, seinem Sohn ein geeintes Erbreich zu hinterlassen. Darüber hinaus ist es ihm nicht gelungen, seine kaiserliche Aufgabe als Schützer und Erhalter einer geeinten Christenheit zu erfüllen. Im Gegenteil, er sieht sich sogar dazu gezwungen, das vor drei Jahrzehnten erlassene Edikt von Worms zu widerrufen. Damit darf die protestantische Lehre offiziell verbreitet werden. Neben den alten Feindseligkeiten mit Frankreich und den Türken leben neue Spannungen mit Rom und dem Papst wieder auf. Alle diese Faktoren, besonders aber sein Gefühl im Kaiseramt versagt zu haben, veranlassen Karl, Stück für Stück zurückzutreten. So überlässt er zum Beispiel seinem Bruder Ferdinand den Vorsitz auf dem Augsburger Reichstag von 1555, der in der Religionsfrage zu einer dauerhaften Lösung kommt. Er übergibt die Niederlande und die spanischen Königreiche seinem Sohn Philipp II. Im Herbst 1556 betraut er Ferdinand mit der sogenannten Administratio Imperii, worauf die formale Übertragung des Kaisertitels durch die Kurfürsten in Frankfurt am Main folgt. Philipp II. erhält den Habsburger Besitz. Kaiser des Heiligen Römischen Reiches wird Ferdinand I. Die eindrucksvolle Abdankungserklärung verfasst Karl in lateinischer Sprache. Der deutsche Kaiser war nämlich der deutschen Sprache nicht mächtig. Seine förmliche Abdankungsurkunde stellte den Kurfürsten Ende des Jahres 1556 zu. Ein einmaliger Vorgang in der deutschen Kaisergeschichte. »Große Hoffnungen hatte ich«, schreibt er in seiner Abdankungserklärung, »Nur wenige haben sich erfüllt und nur wenige bleiben mir. Und um den Preis welcher Mühen. Das hat mich schließlich müde und krank gemacht. Ihr wisst alle, wie sehr. Glaubt nicht, dass ich mich irgend Mühen und Gefahren entziehen will. Meine Kräfte reichen einfach nicht mehr hin. »Vertraut meinem Sohn, wie er auch euch vertraut. Seid einig, übt stets Gerechtigkeit und lasset den Unglauben nicht in eure Reihen.« »Was mich betrifft«, so schreibt er weiter, »ich weiß, dass ich viele Fehler begangen habe, große Fehler, erst wegen meiner Jugend, dann wegen des menschlichen Irrens und wegen meiner Leidenschaften und schließlich aus Müdigkeit. Aber bewusst habe ich niemandem Unrecht getan, wer es auch sei. Sollte dennoch Unrecht entstanden sein, geschah es ohne mein Wissen und nur aus Unvermögen. Ich bedauere es öffentlich und bitte jeden, den ich gekränkt haben könnte, um sein Verzeihen.« Danach zieht sich Karl V. in das Kloster von Juste in Spanien zurück. Der schon seit vielen Jahren an Gicht leidende Kaiser ist nun nur noch politischer Beobachter und Berater. In seinen letzten Tagen erleidet er vermutlich einen Nervenzusammenbruch. Der große Herrscher des Heiligen Römischen Reiches stirbt schließlich müde und enttäuscht am 21. September 1558.